ach hier was geht bei der amerikaner ist da ab hier was hat der andere da wieder erzählt da hier er versucht da nicht da also ein ding da zu saugen da hier wahnsinn hier auf der welt hier ist nur noch bekloppt hier wo du hinguckst du es darf nicht wahr sein du also da in amerika du ich weiß nicht du hast ja schon manchmal probleme da überhaupt dann einzukommen wenn du bis sie mal urlaub machen willst du ach und jetzt erzählt er da so ein zeug daher doch ja hat man keine ahnung was 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 die leute so im kopf habe da so was sie da so denken da kann auch ja mal gucken was ich jetzt mache ich baue ich baue ich baue Hose hier für Germany riesige Hose bis in den Himmel hoch hier mal gucken ah ja bis dann hier macht es mal gut hier gell und bis sie kommen die sonne aus heute hier das Pisswetter die letzten paar tage war ja Affenarsch Keller und Erlaufe und auch so ein Zeug gell Straße ohne Wasser ich habe gesehen hier in Köln da sind die da hier mit so Surfdinger da rumgefahren auf die Straße ich weiß nicht wie die dinge heißen Surfbretter oder was weiß nicht hier so paddeldinger da so bis dann hier macht es mal gut leute hier